Modul 3 Fertigkeitstraining, Aufgabe 2 Lies die Aufgaben, hör dir den Dialog zweimal an und kreuzt die richtige Antwort an. Lea, gehen wir in die Mall ein Poster von meiner Lieblingsband kaufen? Nein, nein, die Malls gefallen mir nicht. Gehen wir lieber zu diesem kleinen süßen Musikladen um die Ecke. Alles klar. Guten Tag, kann ich euch helfen? Wo sind die Poster von Musikbands? Bitte schön. Was kostet das Poster da? Moment mal, 12,50 Euro. Lea, das ist ja teuer. Online können wir es sicher billiger bestellen. Was kostet das Poster da, wenn wir es online kaufen? Ich denke mal so 10 Euro. Ach, das sind nur 2 Euro weniger. Du, ich brauche das Poster sofort. Ich möchte es lieber jetzt hier kaufen. Na gut. Das macht 12,50 Euro. Hier bitte. Du hast mir 15 Euro gegeben. Du bekommst also 3 Euro zurück. Danke. Schönes Wochenende. Kommt nächsten Samstag wieder. Da spielen viele Bands hier auf dem Marktplatz. Wow, toll. Super. Wir kommen bestimmt. Daisten kann man? Ich meine, hier ist 52,50 Euro. Hier ist bestimmt. Ich wünsche Ihnen im土ed.